Eufab, die Marke in Deutschland, wenn es um Fahrradträger geht. Für alle, die gerne mit dem eigenen Fahrrad zu einer Radtour ins Grüne starten wollen. Zum Beispiel mit dem Fahrradträger James. Er überzeugt durch Qualität, Sicherheit und Funktionalität. Der Träger ist TÜV-geprüft, nicht eintragungspflichtig und lässt sich einfach und schnell montieren. Das geringe Gewicht des Trägers und der Schnellverschluss vereinfachen die Befestigung auf der Anhängekupplung. Der Träger wird verriegelt und zusätzlich Diebstahl gesichert. Die Beleuchtungseinheit wird einfach am Fahrzeug angeschlossen. Die Fahrräder stehen sicher auf den stabilen Aluminiumradschienen. Sie werden mit den abschließbaren Rahmenhaltern fixiert und sind somit Diebstahl gesichert, passend für nahezu alle Rahmengrößen. Die verschiebbaren Radstopper sorgen für festen Stand und mit den kleinen Spanngurten sichern sie die Reifen. Der Fahrradträger James ist für den bequemen Transport von zwei Fahrrädern bestens geeignet. Der mitgelieferte Sicherheitsgurt bietet zusätzlichen Schutz für Ihre Fahrräder. Sie haben etwas vergessen? Kein Problem, auch daran haben wir gedacht. Mit und ohne Fahrräder ist James mühelos abklappbar. Die Abklappvorrichtung wird mit einem Vorhängeschloss zusätzlich gesichert. Und für den Transport von drei Fahrrädern gibt es den speziell dafür konstruierten Erweiterungssatz. So wird James mit wenigen Handgriffen umgebaut. Die leichte Handhabung des Trägers sowie alle Funktionen bleiben auch mit der Erweiterung erhalten. Nun steht Ihrer Fahrradtour nichts mehr im Wege. Fahrradträger James. Die beste Art Fahrräder auf der Anhängekupplung zu transportieren. TÜV-Geprüft und nicht eintragungspflichtig. Einfacher Zusammenbau und Handhabung. Geringes Gewicht. Schnellverschluss mit Diebstahlschutz. Abklappvorrichtung. Diebstahlschutz für die Fahrräder. Sicherer Stand der Fahrräder. Umfangreiches Zubehör. Erweiterbar für den Transport von drei Fahrrädern. Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Fachgerechte Beratung mit Ersatzteilgarantie. Nummernschild-Service. Euphab. Die beste Wahl, wenn es um Fahrradträger geht. Und natürlich bei uns erhältlich.